Guck mal jetzt auf den roten Pfeil da unten. Da hat er jetzt ein Zeh nochmal, da wo der Berg vorhin war. Ich hab hier keinen roten Pfeil. Alter, jetzt... Wieso hast du hier einen roten Pfeil? Ich hab hier nur die drei Zehnen. Ich hab's jetzt durch später. Warte, warte, dann links, 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 links. Jetzt hoch. Links. Und da auf dem Berg hast du kein Zeh, ne? Hier. Nein. Na, dann verstehe ich es nicht. Bei mir steht... Na, wahrscheinlich vielleicht, weil wir es schon gemacht haben und vielleicht speichert er bitte nicht so wirklich den Fortschritt oder sowas. Doch, die anderen Zehs sind ja auch raus. Keine Ahnung, was du schon wieder gemacht hast. Bedrohungsmometer Aubergine? Das kommt mir ja bekannt vor. Vielleicht haben wir wirklich jetzt mal die 13 gemacht. Dann hast du es natürlich ganz falsch angelegt. Hm, wieso ich? Du bist auch zwischendurch geflogen. Könntest auch du gewesen sein. Und meinst du, dass man jetzt dann aber da hinten wieder anfängt? Das ist die große Frage. Sieht doch... Ich weiß nicht, ich hab nur noch Lädt bei mir jetzt in Nutze stehen. Also, momentan kommt es dir noch nicht bekannt vor. Doch, das kommt mir schon wieder bekannt vor. Ja, genau. Vor allen Dingen dir. Ich muss wechseln. Ach, guck mal, du hast du... Jetzt hast du den Polter. Oh, okay. Da hast du recht. Äh, wie war's? Schnee-Rennen. Ah, ja. Aber es hast dieselbe. Ach, nee, wir hatten ja zwei Karten mit dem Scheiß, oder? War einmal zwei. Ich glaube, ne? Toll. Nee, ich lieb dann... Nee, bin tot. Bleib ruhig. Ja, was denn, was denn? Ich hab alles im Grupp. Äh, das hat man nicht gesehen. Du blöde Sau. Oh, das ist der Endposs schon, ne? Wie haben wir jetzt gesagt, besiegen wir den? Na, er macht doch zweimal Raketenangriff, dann wechselt er auf Säure. Wird nie besser. Ja, greifst du an? Nee, ich hatte das Bild eben noch, die ganze Zeit vor mir scheiße. Ich sehe die Raketen schon wieder nicht, ich bin tot. Also ein bisschen, ein bisschen buggy ist der Scheiß, aber auch hier. Wie, wieso? Na, wenn ich die Raketen sehe, wie soll ich da ausweichen? Weiß ich nicht. Ich höre das Geräusch, aber ich sehe nicht fliegen. Oh, scheiße. Letztes Mal ist das doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Okay, du kannst auf der Säure also langlatschen, okay, das ist gut zu wissen. Wie, ich kann er doch laufen lassen? Und da eben warst du bei mir auf Säure. Ja, sehr schön. Nein, warum stirbst du? Denk da, die Boomerang-Dinger kannst du wieder einsammeln. Ja, ja. Alter, wie viel Charakter hast du denn? Ja, würde gerade sagen. Du hast es geschafft. Ja, aber er hat mich mit runtergezogen. Das ist doch scheißegal. Ich habe mal wieder einen Gegner ohne dich geschafft, muss ich mal festhalten. Du hattest fünf Leben oder sowas. Ja, wer kann, der hat, ne? Vor allen Dingen, wer kann, der hat, was ist das jetzt für ein Dämmcher Spruch? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wer kann, der hat. Das ist zäh, hast du immer noch nicht gesehen, ne? Nein, ich habe keinen C. Jetzt hat er bei mir der C schon wieder angezeigt, ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir den zweiten Gehner schon wieder mit einem miesen Trick besiegt. Eigentlich ist das auch nicht schön. Wieso, hey, war doch jetzt alles okay? Nö, warum? Nein, nein, war tricky. Wieso, was war da noch ein Tricky? Weiß ich nicht. Nein, oh. Ich wäre ja weggegangen an deiner Stelle. Ich meine ja bloß so. Dass du halten, wie du willst, ne? Toll. Einmal ich noch vier Auswahl hier. Oh. Du hast ja auch Schweine gehabt. Oh. Oh. Oh nein. Oh. naja man nimmt was man kriegt deswegen spiel ich auch mit dir hinter dir schüttelt ja du hast mich beschützt oh fuck Ah, wird's, achso, auch Mün-Felder. Wer ist sie denn? Weiß ich nicht Ach Buffy, Bofi ist Buffy Oh, das kannst du nicht gelassen, ne? Hm Nee Weiß denn? Ach nischt, ich hasse dich dafür Ja, dann ist er gut Dann ist er ausgeglichen Ja Oh Mann, ey Oh Ihm hier wieder, hab ich Oh Nice Heute läuft's besser mit verschiedenen, ja? Hm Oh Pass auf Du bist ja mutig, ey Also ich würde lieber oben lackieren Ja, nein, los Leck mich, leck mich Wie soll ich denn das schaffen? Na ja, wo rüber springen? Pfff Mit Sprintas, oh, was ist denn das für eine Scheiße? Einfach rüber springen Ne, aber das Alien war bei mir nicht angezeigt, war durchsichtig Finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen unfair Jetzt muss ich also nach unten, ey, so eine Rotze Da ist er nicht weit Pff Nein Er ist nicht runtergegangen Obwohl ich in den Teil gelaufen bin Na, er muss springen vielleicht auch irgendwie Also ich hab Ja, ich hab einfach Zufall von Aber ganz schnell gedrückt alles Scheiße Das war ich das Ende, ne? Scheiße, ey War's das? Hm Willst du wechseln, oder? Ich glaube, ja Das Oder willst du? Nö, nö Oh, hast du ja keinen Besseren Fang gemacht, muss ich mal sagen Nö Aber da kannst du oben wieder wechseln Kann nur noch besser werden Ähm Was machst du? Ne, wie soll ich das machen, wenn der Ständer drauf ist? Jetzt ist er tot Ja Ups Ja, da oben ist auch noch einer Ja, aber oben ging ich an die Lange war oder? Ja, scheinbar Aber ich, das schaffe ich doch nie wieder hoch Ja, dann lass dann, geh weiter Oder? Ich will es nicht, wie der hochkommt Ja, ne, da wirst du nicht rankommen Wir haben noch gar nicht so viel kaputt gemacht, da, dass man da nicht mehr rankommt Aber, aber du musst auch mit dein Schwert, das ist dein Schwert Alter, wie, bin ich da gerade durch Nein, nein, so knapp Hä, wo, da ging das oben lang? Ne, äh, wüsste jetzt nicht, ne? Wie, hast du mich jetzt gerade getötet? Das frage ich mich, oh Gott Oh Oh Wie bleibst du da stehen, wenn der Fass brennt? Ich habe es nicht gesehen, ich habe weiter rechts hingeguckt Ah Jetzt reißt du mal wieder ein bisschen zusammen, verstehst du? Jetzt hier mal ein bisschen Kontinance Oh, jetzt haut er die Schwertwürde raus Gut, ne? Toll Wo erfahrt, na jo Hierbei könnte man das machen Oder so Das macht nette Äh, äh, die Pfeil klingen wäre so nett, ja Na, wieso, die Gegner kommen doch trotzdem Das hast du davon, weil du mal überall gleich rein stürmen musst Hm Wir sind denn da? Scheiße Drück die Taste wieder Wieso bin ich tot? Das war eigentlich schon so eine gute Vorlage, die kommt man gar nicht mehr lichtverwerten Oh nein, jetzt hast du wieder den Wieso, was ist daran so schlimm? Na, weil du jetzt alles wieder unkontrolliert kaputt machst und ich werde dabei sterben Kommst du? Ne, ich warte lieber jetzt immer ein bisschen Willst du wechseln? Nein Ich ja Ich hab's doch gewusst, ey Was sagst du mal, wie du bist hier zugegangen? Alter Äh Äh Du musst zum bisschen aufpassen Äh, was ist jetzt hier passiert? Jetzt komm ich da nicht mehr hin, ne Da bist du doch wieder Da kommst du nicht hoch, brauchst du nicht probieren Ach, ob ich dir sage oder auch nicht, ne Warum komm ich da nicht mehr hoch, was ist denn jetzt kaputt gegangen? Da sind die Steine runterfallen schon Komm, gehen wir weiter Ich frag mich ja auch, ob es auch unten lang gehen kann Äh, so wird das aber nichts Ne, ich mein ja Ich mein doch bloß Es ist ja bloß Ein gut gemeinter Rat Oh, wie ich dich hasse Oh, scheiße Das hat man natürlich sehr gut gemacht Äh Das dauert ja Jahre mit dem hier Komm, geh runter da Und scheiße Das wird gar nicht überfühlen Ich könnte so nicht shooten haha scheisse da kommen jetzt das ist so schwer ist es ja gar nicht, ja sie würde wohl machbar sein oder schon wieder so ein idioten wohl mit dem kann ich kaputt machen ja ich traue dir alles zu wirst du wechseln oder behalten ich würde behalten wahrscheinlich nein zum glück ach scheiße jetzt hast du den wecken wechselt warum stürmsten weil du weg gewechselt hast ja deswegen stürmste das zeugt aber auch davon dass du nicht viel so drauf hast der rasse errascht sich hier schon wieder vollkommen aus nein was machst du da unten sagt mir jetzt hier oben alter hört doch mal so tschüss ja von wegen schützen ja ich bin hier mit ich meinte auch das alien und ich da habe ich mir schon gedacht dass du das mit schaffst also ich mache jetzt hier mal ein päuschen oder fährt er weiter hier blieb er stehen